Die Scheiße sieht nicht anders aus, glaube ich, aber es sieht cool halt jetzt, ne? Und deswegen würde ich ganz kurz die Abholung, dann habe ich mich in den Balkan weiter. So, so weit haben wir jetzt. Wir werden die Treppe in den Balkan. Dann kommen wir zu den Platz. Oder wir müssen sie abholen. Ja? Ich hole sie ab. Ja, pass auf. Also wir sehen das jetzt und wir werden es noch eine Zeit noch später sehen. Also wo ist denn die Toilette hier? Aha. Hallo. Ist denn hier? Hallo? Ah, vergiss. Ich warte auf sie. Komm, ich habe waschen. Ja, komm, drücken sie noch ab. Ich habe sie gefunden. Komm, ich habe sie. Applaus. Komm, ich habe sie.